Musik Meine Lieblingsangebote für Jugendliche im Bezirk sind unsere vielfältigen Sportvereine von Fußball über Handball über Judau und vieles mehr gibt es in der freien Natur und auch in unseren großzügigen Sporthallen großartige Angebote. Wir sind jetzt nicht unbedingt ein Bezirk der Clubszene, aber in der freien Natur lässt sich viel unternehmen. Ich glaube gar nichts anderes machen, ich würde noch immer meinen Lehrern ihre auf die Nerven gehen. Wir dadurch unsere Lebensqualität und Lebensjahre in Gesundheit steigern können. Einerseits sich selbst besser kennenzulernen und aufzukommen, was einem gut tut und was einem nicht gut tut und andererseits gute Beziehungen mit anderen zu haben, sich gegenseitig zu helfen und auch Konflikte gut und gewaltfrei austreiben zu können. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.